Wer sind die Spieler, die die meisten Weltmeisterschaften gespielt haben? Lothar Matthaus Der Spieler aus Deutschland hat 5 Weltmeisterschaften gespielt und war bei 25 Spielen dabei. Miroslav Klose Auch aus Deutschland hat er 4 Weltmeisterschaften und 24 Spiele bestritten. Paolo Maldini Dieser Spieler aus Italien hat an 4 Weltmeisterschaften und 23 Spielen teilgenommen. Diego Armando Maradona Der argentinische Teamspieler hat 4 Weltmeisterschaften gespielt und war in 21 Spielen dabei. Uwe Seeler Der deutsche Spieler war bei 4 Weltmeisterschaften und hat 21 Spiele bestritten. Ladislaw Zmuda Dieser polnische Spieler hat 4 Weltmeisterschaften und an 21 Wettspiele teilgenommen. Lionel Messi Bis 2022 war der argentinische Spieler bei 5 Weltmeisterschaften und hat 20 Wettspiele gespielt. Cristiano Ronaldo Bis jetzt war der Portugiese bei 5 Weltmeisterschaften dabei und hat 18 Spiele bestritten. Erzähl mir in der Kommentare, welches Land wird ihrer Meinung nach die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewinnen?